hallo leute ich mache natürlich wie es halt sein muss hier sind die auf jeden fall mal ein deck 81 also ich hab den entferner ich möchte die elite aber unbedingt 11 ich weiß ich war die auswahl ich kann ich gar nicht anders ich muss ich muss ich gehe einer online hoffentlich geht ich kann die öffnen für euch öffne ich auch nur mal eine Blitzkirche du kannst sie wegschmacken wenn du die nicht willst ich wollte die Blitzdroh ganz ok ich guck mal ob ich die Liede bei Bann hoch machen kann aber ich will nur die Level 10 ich hab immer nur so viel Gold wie viel kosten die 4000? 29 20? ich hab auch meine 1000 äh ja ok da wurde ich... wo meine fresse? gibt es kein Dings-Abums hier. Die können sogar Videos bearbeiten. Ja, ich mach heute mal wieder hier. Und du kommst? Ja, der hat mich immer wieder in den Karten. Ja, ich bin auf dem Karten. Ja, ich bin auf dem Karten. Ja, ich bin auf dem Karten und ich bin auf dem Karten. Und du kommst mit der Karte. Okay, dann wir noch mal. Ich bin ganz okay, okay. Wir haben jetzt einen Karten. Das kann in die Hose gehen, der läuft jetzt irgendwann ran. Dann hat der ja eine Leid oder was. Meine Güte, ey. Meine Güte, ey. Das ist so mega gut. Das ist ganz okay. Mega Ritter auch Level 2. Also, das Kampfholz kommt nicht mehr durch. Ist natürlich schade. Ähm. Die Güte kommt. So und danke fürs Zuschauen. Tut mir leid. Aber jedes Mal können wir weiter.